Was geht Leute, mein Name ist Lote, denn ich bin, willkommen zurück bei Black Ops 2. Heute spielen wir Waffenspiel. Oh yeah, äh, äh, meine Waffe? Habe ich eine Waffe? Wow, what the fuck? Ich habe keine Waffe. Irgendwie sieht alles anders aus, ne? Okay, wir spielen noch eine Waffe für heute. Link in der Beschreibung zu GameKey von mir für günstige Spiele-Keys. Ja, ich dachte mir, heute spielen wir mal ohne Waffe, denn ich meine, wir spielen, wir haben schon so... Oh! Äh, hallo? Jemand? Äh, okay. Drogen? Fragezeichen? Äh, ah, ich hab eine andere Waffe, stimmt. Ja, man sieht sie halt nicht, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine andere Waffe, die ich hier habe. Und zwar nenne ich sie die unsichtbare. Ah, das ist ja Kimbo-Waffe, deswegen. Ja, was hab ich jetzt? Okay, eine Sniper, glaub ich. Reinzoomen kann ich nicht so richtig. Ich hab doch schon reinzoomen, Mann. Oh, wow, ich hab einen Kill bekommen, cool. Okay, mal sehen. Oh, da haben wir jemanden. Oh, das war, okay, das war die Storflinte. Oh, okay, das war... Ich weiß es nicht. Okay, da kommt jemand. Oh, was? Wie mach ich das? Ich weiß nicht, wie ich das mache. Okay. Alles klar, hier. Bestes Video ever. Was hab ich hier? Ach so, okay. Äh, ja. Auf jeden Fall, ihr habt immer recht. So, der Typ. Kommt hier lang? Oh mein Gott, ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Also, wenn ich das Spiel noch gewinne, ne? Weil ich war ja extrem im Nachteil. So, mein Freund. Ich bin einfach der beste Game ever. Was anderes kann man dazu nicht sagen. Was hab ich hier? Okay. Es ist dieses leichten Maschinengewehr. So. Ja, ohne Waffe zu spielen hat was, ne? Man muss sich die Mitte einfach denken. Die denken uns quasi, wo die mit... Ah, okay. Reinzoomen kann ich. Wow, da hab ich einen Vorteil, weil ich reinzoome. Oh, cool. Oh nein. Er hat auch den Vorteil. Was für ein Spaß, die Mann. Mann. So. Ich brauch kein Visier. Ich bin auch ohne Visier gut dran. So, vielen Dank für die ganzen Kills, meine Freunde. Vielen Dank. Äh, was? Hallo? Bist du auf Droge oder was, Mann? Ich hab gerade nicht ganz verstanden, um was es da geht. Aber okay. Ich kann mir die... Okay, wo ist die Mitte? Da muss die Mitte sein, ungefähr. Hallo? Irgendein Gegner? Der kommt da lang. Oh mein Gott. Ich weiß... Was? Wie soll ich ihn bitte schon treffen? Oh mein Gott. Wie soll ich ihn bitte schon treffen? Ich weiß nicht, wie ich ihn treffen soll, Leute. Ja! Ich hab ihn getroffen. Oh, Raketenwerfer. Okay. Hab ich gesehen am Visier. Natürlich ist er drogenabhängig, aber ist ja nichts Schlechtes. Hallo? Nimmst du Drogen? Oh, er hat mich gemässert. Er denkt, das Dread nervt mich jetzt. Er denkt, ich schreihe jetzt rum. Wie die anderen. Weil ich gemässert wurde. Oh Gott! Jetzt bin ich wieder bei dieser Scheißwaffe. Da hab ich mich so gefreut, dass ich endlich, ne? Hallo? Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das tue. Was soll ich machen, Leute? Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Ah, okay, ich kann schießen. Okay, wusste ich nicht. Okay, das hat auch gut geklappt. Was habe ich hier? Okay, das ist wahrscheinlich die letzte Waffe, glaube ich. So, und ich messer ich. Mit meinem unsichtbaren Messer. Nein! Oh, ich hab vergessen, was es... Okay, okay. Oh, shit. Oh mein Gott, bitte. Ich muss das Spiel gewinnen. Ja, nein! Ah, okay, das war der Crossbow. Ich dachte, das wäre schon die letzte Waffe gewesen. Okay, egal. Ich muss ihn töten. Mal sehen, wie die Killcam dann aussieht. Oh, komm, du tötest ihn doch, Mann. Ja! Yeah, High Five! Beste High Five Sound ever, den ich jemals gehört habe. Mal sehen, wie die Killcam aussieht. Einzigartig, einzigartig gut. Beste Lobby, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Beste Lobby, definitiv. Wollt ihr mehr von Waffenspielen sehen, aber nächstes Mal mit Waffen? Dann bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Oder ich sollte das nicht immer so lang ziehen. Daumen hoch für mehr Waffenspiel. Punkt. Vielen Dank. Ich hab gewonnen. Dank euch und mir, weil ihr alles streif gehalten habt. Genau. Nee, warte. Ich brauch einen richtigen High Five Sound. Okay, drei, zwei, eins. Okay, gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao! Vielen Dank fürs Zuschauen.